Der Frühling ist gekommen. Schaut, was für tolle Blumen da zu sehen sind. Herrliche Farben, das sind Leberblümchen. Und was ihr vielleicht nicht wisst, ist warum die so heißen. Die heißen deshalb so, weil die Blätter, ich habe hier ein altes vom letzten Jahr, so aussehen wie eine Leber. Und da hat man eben früher gedacht, wenn das so aussieht wie eine Leber, dann wird es wohl auch gegen Leberbeschwerden helfen. Aber Vorsicht, 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 lieber nicht essen. Die ganze Pflanze ist stark giftig.